Ich bin gerade noch ein bisschen früh, aber es ist gerade besser für den Peppe, ein bisschen oben runterkommt. Warte. Es ist schwierig, es muss einfach funktionieren. Ich muss funktionieren, der Hund muss funktionieren. Und dann ist es gut, man muss einfach immer bereit sein. Und die mentale Bereitschaft ist wichtig. Die Anspannung ist zu spüren. Alina steht kurz vor ihrer Einsatzprüfung. Fünf anspruchsvolle Szenarien sollen Hundeführer und Hunde auf den Einsatz vorbereiten. Auch Alexander ist etwas angespannt. Eine Schwierigkeit der Einsatzprüfung ist nämlich... Persönlich für mich ist es der taktische Teil, dass man halt auf den Hund schauen muss. Gleichzeitig aber im Kopf halt auch noch die taktischen Hintergründe mit Schusslinien und den korrekten Verschiebungen muss beachten. Das ist etwas vom Schwierigsten. Alina und Peppe, ihr Hund, haben andere Aufgaben zu meistern. Am meisten Mühe habe ich persönlich mit meiner Unterordnung beim Schiessen. Dass er sehr treibend gegen vorne macht. Also er müsste eigentlich ruhig liegen im Kuschen. Aber er will vorne kommen und kämpfen. Wie angekündigt läuft nicht alles rund. Nach ein paar Schüssen bleibt Peppe nicht wie verlangt auf Position. Bei den weiteren Aufgaben ist Peppe allerdings sehr gehorsam. Und so besteht das Team das erste Szenario. Es gibt aber noch ein bisschen Luft nach oben. Perfekt macht es natürlich, wenn die Harmonie zwischen Hundeführer und Hund optimal präsentiert werden kann. Das wäre natürlich das, was sehr wünschenswert wäre, wenn man das sehen würde. Korrekt vorgeführt, ohne mögliche Hilfe. Und ja, das wäre so das Niveau. So wie die Hundeführer sind auch die Hunde nur im WK-Einsatz. Die Hunde führen den Rest des Jahres ein Leben im Alltag. Es bleibt also eine Herausforderung, in kurzer Zeit die nötigen Fertigkeiten auf Dienstlevel zu bringen. Es ist darum wichtig, bevor die Leute auf die Objekte verteilt werden, um den Auftrag zu erfüllen, dass wir mit gutem Gewissen sagen können, die Hände mit den Soldaten, also das Team, ist einsatzfähig und ist fähig, den Auftrag zu erfüllen. Ausserdem kann der Einsatz von Hunden eine Signalwirkung haben, wie uns Alexander erklärt. Ich glaube, als Abschreckung und Präsenz ist es doch sehr wichtig. Ich meine, es ist ein gesehen werden. Und gerade wenn man Patrouille mit Hund läuft, ist das für Aussenstehende sehr eindrücklich. Zu einem Hundeinsatz wird es hoffentlich nicht kommen. Aber ich glaube, für Präsenz ist es sehr wichtig. Weiter geht's zur nächsten Prüfung. Der kooperative Fussgänger wird ruhig, aber bestimmt vom Platz verwiesen. Kurz danach wird ein Passant an einem anderen Checkpoint laut. Plötzlich eskaliert die Situation. Das Fazit? Er muss ein wenig stark sein in der, ich weiss nicht, der Prise. Im Biff? Im Griff. Aber das ist eine gute Arbeit. Total ist eine sehr gute Arbeit mit 37 Punkten. Bravo. Aufgabe 4. Ein Figurant flüchtet in den Wald. Die Hunde suchen den Verdächtigen und signalisieren dessen Versteck. Alles in allem war es eine gelungene Einsatzprüfung. Auch für Alina und Pepe. Ich habe mit der Unterordnung angefangen, die war nicht der Hammer. Sonst war es wirklich gut. Er hat die Arbeit gemacht, die er musste. Anwege Jenner im Baby zu ver super. Aber das war es so. Anwege Jenner aus der Versteckung der Vierge eine Aufgabe hat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017